Wir sind jetzt nach Abendessen losgestartet, bergauf Richtung Gosau-Gletscher und wir haben tatsächlich Steinböcke gesichtet gerade. Hallo und grüß euch vom Dachstein. Wir sind Eus und Matthias von Bugs and Bears und wir sind unterwegs auf der Suche nach Wildlife und Abenteuer. Hallo, da spricht der Junge Matthias. Ich hätte eine Frage. Ich habe gehört, bei euch sind immer wieder die Steinböcke unterwegs. Ist das richtig? Sind die jetzt gerade in der Gegend oder was für eine Zeit ist da am besten, dass man die sehen kann? Richtig klare Gletscher sehen mit einem wahnsinns Bergkulissen. Jetzt geht es aber erst einmal fünf Stunden bergauf. Wir sind am vorderen Gosau-See gestartet und jetzt sind wir auf dem Weg rauf zur Adameghütte. Die Adameghütte liegt auf der Westseite vom Dachstein und da oben sind wir eine richtig gute Chance auf Steinböcksichtungen. Jetzt heißt es darum hinhalten, dass die Steinböcke heute daheim sind. Ausnahmsweise trage ich heute einmal den Großteil von unserem Gepäck, weil wir und Matthias den Rücken noch schonen wollen und dementsprechend ist es auch richtig heiß. Aber die Aussicht da oben ist auch so der Wahnsinn. In die eine Richtung hat man die Gosau sehen nach unten, in die andere Richtung diese Mega-Felsen. Es ist auch wirklich wunderschön da. Und da oben, am schroffen Fels, da wohnt er. Der König der Alpen. Anfang des 19. Jahrhunderts war der Alpensteinbock so gut wie ausgerottet. Nur knapp 100 Tiere haben in Italien überlebt. Die Schweizer, die die Steinböcke wieder bei einer ansiedeln wollten, hat der damalige König aber keine abgegeben. Also haben sie kurzerhand ein paar Kitze gestohlen und über die Grenze gebracht. Und von den gestohlenen Kitze stammen auch die 4500 in Österreich lebenden Alpensteinböcke ab. Wir müssen jetzt schauen, dass wir runterkommen. Weil jetzt blinkt zwar gerade noch die Sonne durch, aber ab 12 Uhr schaut es so aus, wie wenn der Regen daherkommt. Jetzt hoffen wir, dass wir im Trockenen noch bis zum Auto kommen. Jetzt haben wir gerade eine Kreuzotter entdeckt. Eine ganz schwarze. Die heißen auch Höllenottern. Und die da hat sich offensichtlich gerade den Bauch vollgeschlagen. Habt ihr schon mal Steinböcke in Freier Wildbahn gesehen? Wir würden uns freuen, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, wo vielleicht ein guter Ort ist, um Steinböcke zu sehen. Bis zum nächsten Mal und pfiat euch! Auf Wiedersehen! Napieralm cambiar am besten. Hallo! Ja, dep Voir jetzt nie. Deine Ver どur. hört aus. Kapierkampel tutaj. viewsbindak anticipation.